. 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 Ausform. Ich hab's. Übrigens, wenn man hier Werbung für die Serie machen darf, ja. Game of Thrones rockt richtig. Ich glaub nicht. GEMA! Ich sag, ich ruf die GEMA gleich mal an, Charlie. Ich ruf sie gleich an. Ich ruf sie einfach gleich an. Die GEMA, ich hab keine Blinker gespielt. Echt mal. Egal, trotzdem ruf ich sie gleich an. Okay, ruf mal die GEMA an, dann sag mal an. Dann, Charlie, soll ich mal nicht abspielen? Ey, ruf mal die GEMA an, dann sag doch mal die GEMA. GEMA weg, GEMA Bier holen. Guck mal, rechts von uns ist die Bundesbank von Altes. Ah, okay. Direkt an der Hauptstraße. Ne große Bank, ne? Ja. Dann müssen wir's mal vorne. Und hat einen überhaupt gar nicht große Bank. Guck mal, Recruit Moneyboy. Moneyboy? Moneyboy, der kein Money hat. Moneyboy, Alter. Wer kennt ihr denn echt? Moneyboy nennt? Alter, ist das eine Hohlpratze. Sehr schön. Der tut ja so. Ich glaub... Boah, ich war hier. Ich glaube... Was? Pumper und Wernick N2 haben die Kontrolle über ein lokales Versteckter. Und wo ist Timon? Warte, ich guck gleich mal. Ich guck gleich mal, ob Timon dabei ist. Ich glaub, der Typ ist ja einzig gegabt, ne? Er macht ja nur einen auf Null. Aber manchmal, du, der denkt mir... Ich hab den einmal bei Circus Halligalli gesehen. Oh, da hab ich mir gedacht, ne. Ne. Geht gar nicht klar. Es gibt keinen Timon. Ne. Da macht ja einer auf Komiker. Oh, ne. Moneyboy. Moneyboy, Soul in der Barne. Moneynose. Moneyarm. Also, Orich ist eine... Vielleicht auch Moneygirl. Oh, oh. 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 HVS Wotzi. Das ist echt nicht gut. Ich fahr erstmal am Promelieger vorbei, ne? Ja, ja. Wir fahren alle. Ja, der kommt doch runter. Der kommt doch runter. Ja, ich, äh... Fahr erstmal Richtung Attiran. Warte, fahr zu dem anderen. Zu dem anderen. Der oben ist doch... Links oben ist der auch noch gleich schnell. Oh, Fahr. Autopapé. Jetzt aber schnell. Neul. Neul. Tak, ihr werdet überfallen. Oh, komm. 40 Prozent. Ok, der Heli startet wieder. Durch. Lass einfach in Attira so tun, als wenn wir da... ...keine Ahnung was kaufen. warte mal freunde der heli tritt ab und fliegt weg ja alles klar ich weiß natürlich nicht ob er jetzt irgendwie abgesetzt hat oder so war er denn komplett unten das habe ich nicht genau gesehen als ich ihn wirklich richtig gesehen habe war auf jeden fall in der luft nicht gerade hoch aber ich fahre da jetzt mal hin und wenn ich überfallen werde ich komme zu dir warte mal so wenn dann werden wir alle überfallen wenn ihr habt ja nicht so das dicke geld die mani fahrt ihr zu dem oberen der oberen links neben tier überfallen ja ja haut ab wir müssen in der nähe des druckdienst überfallen soll ich das nicht fixe daher weiß ich nicht nach meiner liebe Nein! Wollen Sie nicht wieder fahren, Tag? Haben sie gerade. Nein! Dann müsst ihr die Tour erst mal zu Ende fahren. Der Tag wird jetzt überfallen, ich fahre dich zu. Ich kann noch nicht ran. Mein Rang ist gerade ein bisschen verstorben. Der Tag wird dort überfallen, dann fahrt ihr hoch zum anderen Drogendeater. Meinst du nicht, dass die da auch dann schon sind? Ja. Die sind ja nicht blöd. Aber okay, viele Optionen haben wir natürlich auch nicht. Ich weiß nicht. Kann ich in mein Auto ein... Kann ich mein Auto aufschließen und da einsteigen? Nein. Was soll ich bitte machen? Der Heli ist auf jeden Fall wieder hier. Okay, wo ist eine andere Drogendeater? Guck mal auf der Map, der ist links neben Artiran. Ah, warte. Artiran. Koroni ist er. Das waren gerade nette Pilze. Möchtet ihr welche abhaben? Wollen wir zusammen Pilze essen? Okay. Okay. Da ist Artiran, aber... Ich habe hier keinen Druck. Ach doch, da. Aua, das tut weh am Kopf. Ähm... Manny, komm mal zu mir. Wie bist du? Oh. Ich möchte jetzt genau wissen, welcher Punkt du bist. Dann kann ich dir sagen. Ich bin... äh... Da bist du. In der Nähe von Zuka. Oh, oh, Tag. Oh, Scheiße. Ich... vor allen Dingen, ich sehe nichts mehr. Ach so, vielleicht sollte ich mal aufnehmen. Manny, guck mal auf die Man. Äh... Du fährst schon auf der richtigen Straße. Jetzt habe ich schon Deezings hier. Ja, aber ich fahre dann beim Tag vorbei, wenn ich... Pass auf, wir treffen uns in der Tiere, okay? Ja. Ich fahre nur ein bisschen anders. In der Hotel. Was ist? Kein Streit? Boah. Ich möchte auch keinen Streit. Oh, jetzt haben sie ja echt 100.000 geklaut. Die geben mir das immer wieder. Ach nee. Das ist ja nicht. Was für einen Sinn macht das denn? Ja? Ja, ne? Okay. Aber in solchen Situationen, wenn wir jetzt überfallen werden, müssen wir doch schon mit Ton aufhören. Einmal mit dir. Läuft doch jetzt mal drauf. Gehört dazu. Lass es halten, ne? Ich hoffe ich natürlich für das ein bisschen hoch. Oh, ich strecke auch noch mal her. Muss ich zum Tank Geld noch auf der Tasche haben oder? Ja. Pasche. Ähm, und dann stellst du dich an dein Auto, ja. Du steigst aus, gehst, also an der Tankstelle steigst aus, gehst hin, drückst mir das Taste, dann steht der Tank. Ja. Oder so und so. Okay. Mein Sprit ist nämlich jetzt halb zu spüren, also noch nicht schon gefangen. An der Seite. Gebiot. Ah, die haben Tech verwundet. Ist heiß. Oh. Heck wie viel live hast du noch? Der ist gebiotet. Ah, okay. Da hab ich ja auch hier mal in zwei Tassen. Okay. Was? Ähm, äh. Boah, Alter, echt Sinn. Ich verkauf jetzt noch mal eine 5x Masch für uns, die ich hier noch hab. Wow. Ballern hier rum. Oh. Oh. Also, die haben jetzt gesagt, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich mich, die lassen. Okay, warum? Was wird das jetzt noch? Alter. Gagdrück mach Stopp. Gagdrück mach Stopp. Gagdrück mach Stopp. Gut, das ist auch noch mal. Ja. Alter, die ballern hier rum wie sonst was. Wieso? Was? Wofür gar kein? Was ist denn los? Was soll? Watt, hier, hier ist keiner von meinen Leuten. Glauben die, dass wir jetzt in der Nähe sind, oder was? Ja! Nee. Warte, bin ich jetzt bescheuert mit? Ey, ich denk mir nur so, what the fuck? Was ist los mit denen? H- Boah, Alter, die lassen mich jetzt hier gefesselt stehen. Hauen die in den Kopf oder was? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich steh hier in nem Container gefesselt und kann nichts machen. Und die ballern hier rum wie sonst was. Ich bin halt mega verwundet, weil mir ne Niere fehlt. Soll ich jetzt hier an der Pilz, an der Pilzwert auf euch warten, oder soll ich erst mal eine Ruhe und fix alleine fertig springen? Ja, also Drogen lohnt sich gar nicht, weil die einfach alles wegmetzeln hier. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber ich nehm's auf jeden Fall auf. Also ich seh hier auf jeden Fall zwei Ghost- Ein Ghost-Tog und ein Hummingbird, die hier rumfliegen auf der Map. Seid ihr am anderen Drogenvieland? Äh, ja, ich fand meine Sachen ganz noch tausend. Ja, ich hab gerade noch 58 Tausend dabei. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich steh hier gefesselt rum und kann nichts tun. Die sind aber alle noch da, ne? Ja, ja. Ja, okay, ich hau jetzt ab. Maximale Verhaftungszeit überschritten. Wir müssen mir auf jeden Fall irgendwie ne Niere besorgen. Okay, ich hab mal eine andere Niere klauen, damit wir dir eine geben können. Mit nem Skalpell. Lass uns dann einfach Überfälle machen, weil was anderes lohnt jetzt gar nicht. Ja, aber dafür wollen wir erstmal machen, ne? Also, ich muss jetzt Auto fahren mit, ähm, nem Bild. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, ich nehm's ja gerade auf. Also, das musst du dir auf jeden Fall angucken dann, Javi. Geht gar nicht, ne? Äh, es geht echt nicht, ich seh nix. Ich muss erahnen, wo die Straße ist. Na, ähm, Javi, ihr kriegt nach der Tour ungefähr 100... 170k an der Wattestag. Warte, für die... für die... für die Pilze gesamt? Ja, für die Pilze Tour jetzt. 96, glaub ich. Also, ich hab jetzt 102 auf der Hand. Äh, ja, ja, ja. Fahrt schnell jetzt mal zum Ati. Fahr einfach... Fahr... Atira und dann guckst du auf der Met nach Atira, nach dem linken Stipp und dann oben die da. Alter, ich... ich seh nix. Und dann könnt ihr ja, ja, Tech und ich, können... Können euch ja dann die Waffen kaufen, dass ihr uns das Geld gebt einfach und wir kaufen euch die Waffen. Jo, ich fahr jetzt nur noch von dem Ati und zahl das ein bisschen ein, weil wenn die mich jetzt auch mal halten soll, ist das nicht so. Voll nix. Die haben mich nicht mal zweimal verkaufen lassen, die haben mich nur einmal verkaufen lassen. Überfall. Du bleibst jetzt mal schön stehen, mein Freund. Nein. Jetzt sollen wir mal aussteigen. Hehehe. 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 Oh, Alter. Kommt hier ne Kurve oder ist das ne Wand? Kommt hier ne Kurve. Ja. Ich seh nix. Ich seh Farben. Wer seh ich nicht? Und umrisse. Umrisse. Okay, wir brauchen den jeder. Unberding. Nein. Also, die haben es ja als Dragon Balls bezeichnet, ne? Ach, das sind Dragon Balls. Oh, Alter. Ja. Die haben schon fünf Dragon Balls. Der Rekrut Michael ist hier grad wie ein verrückter Alter an mir vorbei und auf und vorbeigeschossen. Ich war jetzt zum Flughafen, dann fällst du bitte mal mein Geld zu safen. Wie viel hast du denn noch? Äh, 58.000. Weiß. Ich war zum ATM in der Polizeistattung. Ja, fahr doch einfach auf dem Flughafen. Ja, scheiße. Also, ich brauche... Boah, ich sind ja überall Polizisten, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Ich seh nix. Ich kann die Straßen nur erahnen. Da liegt... Blendet dann unten links mal das ganz groß ein, weil jetzt kommt gleich Kaya Katekju wurde getötet. Ey, Alter. Ist hier ne Tanken? Ist hier ne Tanken? Hier muss ich tanken, ja. Okay, fang ich auch immer zur Tankstelle. Geht hier, ne? Also, wie gesagt, also... Musst du dir mal geben, wie das aussieht, Mann? Das geht gar nicht klar. Meine Sachen sind schon despawned. Ne, doch, ich stehe doch da. Äh, wollen wir gleich was anderes machen, weil... Alter... Die müssen wir, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Niere. Die kriegen wir sonst auch beim Organhändler. Aber was kostet die? 75k. Aber ich kann mich auch nicht behandeln. Pum, Sporn. Nein. Ja, fährt der Mähren hier vorbei. Obwohl ihr hinfahrt, ist übrigens dicke Bollerei gerade. Ja, wie ist das? Ich hab mir eine andere Wahl. Ich bin da irgendwo hin. Ich muss ja verkaufen. Ja, ja, ich muss ja verkaufen. Ich bin da. 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 Also, ich bin da. In meinem aktuellen Zustand will ich die Zäune nicht mal sehen. Ich sehe die meisten jetzt aufgequäst. das reicht meiner aufnahme wieder jetzt also ich hab's jetzt kurz aufgenommen das hier aussieht alles wie es ist also nee das geht gar nicht da ist jede ich hätte ich mich an jetzt haben weil du gehst dahin steigt aus und drückt Windows-Taste und dann auftanken 1324 Dollar er musste dabei haben günstiger Sprit günstiger Sprit ich kann ja auch wie ich kann übrigens auch nur gehen ich kann nicht mehr rennen ich drücke M dann geht schneller so ich hab jetzt 330.000 Rekrut Centuri oh nein ich glaube ich habe es bleibt locker alles gut und es ist hier dann bin ich nicht mehr locker alles gut wo es ein Netz eigentlich erzählt er ist ja am Flughafen der Euro wie gesagt ich kann nicht mal mehr lesen was auf meinem Auto draufsteht Nobby er hat weiß ich aber ich kann es nicht lesen so ich brauche jetzt ein ATM ich fahr zu dem am Krankenhaus jetzt ähm an dem am Krankenhaus wir kommen da einfach hier zum Airport direkt auf dem Parkplatz da ist auch einer ja dann komm ich zu dir ähm wie wärs mit dem am Fahrzeuglizenzen äh am Fahrzeuglizenzen ich muss nein ich fahr jetzt irgendwas ist echt egal Manny kommst du wenn du verkaufst ist auch dann zu Tech dann treffen wir uns da Gadi erst wenn ich ein Meter vorm ATM stehe und in der First Person bin kann ich lesen was draufsteht doch so viel so jetzt wie verschwommen mein Pilz ist so ich falle jetzt hier einmal durch wenn gleich einer kommt und schreit Überfall habe ich leider keine andere Wahl wer ist auf die Straße ich glaube so oh Gott Alter da stehen Geländewagen bei den Typen und so ja die ja die du musst ne genau da war ich mir auf die Grabe kurz mit diesem Tag ja bei mir auch ne der ist gerade so in Richtung Drogendealer vor dem Affen gefahren ja 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 ok nein ich fahr ich hab jetzt Angst irgendwo was zu verkaufen naja also der andere Drogendealer war selbst da war niemand boah da kommt ein rosa Punkt da kommt ein rosa Punkt ja doch schon so viel ja bei mir sieht der Offloader aus der Entfernung aus wie er fühlt von den Umrissen her ja die kannst du mir vielleicht deine Niere leihen ähm ach ist gerade ungünstig ich gebe dir dann meine ok ja ich überlege gerade ob ich vielleicht echt zum Organhändler einfach fahren wir eine neue kaufen ich gebe dir dann meine ok ok so wird muss auch mehr in die Warten bekommen ich verkaufe ich verarbeite gerade ach so ok der Veganer der Kurserre Wegenchi Wegenchi da ist er der Wegenchi der verarbeitet gerade der steht nämlich rechts neben dem Verarbeiter Stalker Schwein Stalker Schwein Stalker Stalker wenn man von der anderen Seite guckt links ist nicht weiter Stalker Schwein und wenn man von noch einer anderen Seite guckt da vor und von noch einer anderen Seite dahinter ich glaube du verarschst mich kann ich sagen nein das ist nur rein logisch die Kreise ich durfte euch nicht sagen was zu machen weil Handy abgenommen ja direkt das erste was sie gemacht haben ist nicht mich ausgeraumt sondern erst mal mein Handy da machen wir noch ein paar Mal so alt und mit dem Handy oder was gib mir Handy was der ist bei Rekrut Peter Maffei Peter Stinke Pups hast du iPhone oder was ich iPhone 6 mit Verbiegung hast du kein iPhone hast du kein App Store oh ist der Polizei gib mir deine Gucci Schuhe und dein Gucci T-Shirt Jardi was kostet hier so ein Heddy weißt du das 380 380 380 oder so 340 und so der ERA spielt der sie warum spiele ich nicht das 1 weil er ERAS heißt und wegen mir bestimmt eingeditscht ist guck mal so schnell kann ich nur noch laufen bist ja richtig flink auf dem Bein ja so wie im Epoch heute äh gestern Hummingbird kostet 345.000 ey das geht ja mal nicht oder Jardi hast du vielleicht ein Menschenreparaturkit dabei ne ach so bei Epoch ein Menschenreparaturkit ach ne ein Mohawk kostet 15,6 Millionen ja aber guck mal der Mohawk da drüber der ist genau das gleiche mit 6 Millionen oh ja du hast recht den klogischen ob man hält 1,5 Mille Orca 750.000 die sich aus trock wird wir brauchen den Heli aber er verbrauchen wo gibt es immer noch mit um um auf die 10 zwischen Waffenlizenz es gibt den Tick das Geld und zwar jetzt einfach gleich zum Rebellen Außenposten dachte ich könnte bitte auch nicht warten ähm ja dann bei dich ja ich verarbeite gerade die letzten 10 Alter ich komm nicht drauf klar Alter Außenposten äh Lass mal die Tanker ausrauben da raus rechts neben Zaros brauchen wir dafür irgendwas Tack? äh ne Rebellen ach so äh ne dafür nicht Tanker ausrauben braucht ihr nichts kann ich bei ner Tank einen Menschenreparaturkit kaufen? äh ja wie kostet das? 150 Nimm 200 mit boah Alter wo hast du denn mit Jordi? ähm 1300 Alter das kostet mich gerade so an komm komm da ich hab Geld dabei rechne komm wir wollen 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 Tatsache ja und will der das ist das ist der Heli von Officer Avatar King das ist ja nicht so schön das ist ja nicht so schön fliegt mit einem UH-80 Ghosthorn also ich seh nicht ob ich hier gerade irgendwo gegen fahre oder nicht das weiß ich nicht nein wir können mal bitte warten wir fahren nur zur Tanker und kaufen den Menschenreparaturpil wir brauchen wieder zurück nicht für Autos sondern für eine Person Mö das ist ja nicht so gut Komm guck mal Sergeant Dunn hehehe Zum Glück heißt der nicht Dunn oh Gott ist das der auch Gott das ist nur der Go-Kart-Schob wo sind hier der Tankstellen typi ich glaube da steht drin Adios Tyronisus ich kann noch mal mein Auto für 132 wenn ich schon hier bin Benoel Store Erste Hilfe Kasten das gibt es noch Selbstbehandlung oh der hat ein GPS kaufen damit noch kein Weg kommt bei euch ja geil ich habe wieder 75 live kann wieder ein paar ich muss auch nicht jetzt sind sie alle aufgrund bei der noch 50 Prozent Kastensgeld Hälfte hier einfach ab mein Gott ein Achtung von Scheiße ich habe auch wieder wo auch so geklickt er hat nur ein Jahr 2.0 hat sich ein Schuss BD er kommt ab Ja, die Früllen kommen, weil du Rob's Door gedrückt hast. Zeig hau mal an, versuch sie da weg, oder? Fahr mir mal eine Miro-Code. Landen die? Ich glaub, die verfolgen wir sind, oder, Manny? Landen die? Ja. Lauf weg, steige dein Auto und fahr weg. Ich bin gleich an der Blut des Warn-Jubel. Ich glaub, ich fahr gleich nach Kavala und wettel um den Jubel. Ob ein Medic mich heilen kann, ob der mir in die Nähe bleibt? Ja, keiner. Echt? Ja. Was sind Kavala und Medic? Keine Ahnung. Überhaupt Medic Online. Ja, Dr. Chris ist Online und Dr. T ja. Ja, ja, ja. Oh, ich seh wieder alles klar. Aber die sind dann irgendwo anders gelandet. Äh, ich fahr jetzt mal nach Kavala und gucken, ob da vielleicht Medic ist, ne? Aber irgendwie muss ich an die Niere kommen, ohne irgendwas zu bezahlen. Ich glaub, das wird kaum funktionieren, oder? Ja, die 10.000, die ich den Medic spende. Ach, die vegane Rater. Äh, die Medics könnten nicht heilen, also, ja? Ich weiß es nicht. Schreib doch einfach mal einen an, bevor du den ganzen Weg fährst. Aber kann auch nicht. Irgendwenn du dich an Krankenhauswerfer auf sich aufwertest, Typ. Handy. Notruf. Ach so, ich kann nur... Ey, wenn ich jetzt explodiere, bringe ich den Typ um. Dr. Chris... Ich versuch mal eine andere Tankstelle auszurausen. Mir fehlt eine Niere. Komisch! Blame mich! Blame mich! Blame mich! Blame mich! Blame mich! Ja, Leute! Man muss eins sagen, egal wo man alte spielt, es geht weiter, wie es auf mein Codex aufgehört hat. Wir werden ausgeraubt! Ja, das ist doch was ganz Neues. Aber... Neu eigentlich an der Sache ist ja, ausgeraubt wollen wir schon immer, ist ja klar. Aber neu an der Sache ist, ihr habt's gesehen, die haben Technik nie geklaut und ihr habt gesehen, wie scheiße das aussieht. Da hat man echt Probleme mit. Aber wir machen uns natürlich auf den Weg jetzt. Noch ein bisschen was zu farben versuchen. Mal gucken, ob das überhaupt noch Sinn macht. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, euch noch eine andere Tankstelle auszurauben. Mal gucken, ob das funktioniert. Was ich ja... Hm... Bezweifel. Äh, ich mein, ich mach's. Natürlich klappt das nicht. Wär auch ein Wunder wenn. Aber versuchen kann man's trotzdem. Wie es aber weiter geht, Freunde. Ob Tex seine Niere wieder bekommt oder eine andere besser gesagt. Ob die Ärzte ihm helfen und ob er noch irgendwie an Geld kommt. Das, Freunde und mehr. Sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Alters. Das ist live. Also bleibt dran, haut rein. Äh, Jari. Ciao. Ja. 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 Also bleibt ich Sch 그래요. Wie zähl sieuellement hin? Wenn ich in Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017